hallo und endlich herzlich willkommen zurück zu grounded ich bin das heißt ich hatte schon drei folgen aufgenommen das problem war zum letzten mal habe ich am 19 video geladen kann das sein ich glaube schon und ich hatte schon ein paar videos davor gemacht in weißer voraussicht weil ja die internetleitung nicht gut funktioniert hat dadurch und die ziemlich kurz gehalten damit ich hier auch hochladen kann tropfen nehmen wir mit kurze rede langer sinn macht man doch so oder oder was andersrum das war andersrum ja genau so hier unten das ding traurig ich möchte nämlich gerne noch die erste der termitenkönig denn möchte ich gerne piepen heißt das piepen war der x schau dich um ja gut dann möchte ich gehen gerne schau dich um so natürlich das problem dass ich nur nach am meisten rüsten kann und tschüss rüber springen und ab dafür gleich mal darüber erwischt irgendwie nicht getroffene ich brauche nämlich noch ein paar was habe ich denn 6.3 asselpanzer könnte sogar schon reichen weil ich die falsche rüstung an hatte als ich hier rüber gekommen bin so wo war ich eigentlich stehen geblieben ja auf jeden fall ja es ging gar nichts mehr mit dem hochladen und aber der techniker hat es sich ja angekündigt für den 23 also vier tage später er ist auch dann gekommen dann haben die hier die straße aufgebuddelt und den ganzen tag ging immer noch nichts im gegenteil auf einmal hatte ich gar nichts mehr kein fernseher kein festnetz kein radio kein internet ich hatte nichts mehr noch schauen wir mal können wir jetzt hier vielleicht eventuell wir fangen mal mit dem helm an müsste ganz oben stehen irgendwo da kann ich den braunen puppen leder ich puppen leder oh nein und misst so ein bist ich so schnell gar nicht hin oder da muss ich aber jetzt mal ehrlich puppen leder ab drei wo ist denn der rest hin immer sicher ich hatte eben auch irgendwo puppen leder gemacht was kein populär da drin ich hatte neun stück durch irgendwo kann ich reingelegt habe oder auch nicht das habe ich hier reingelegt das puben leder nicht ja wohl witz alles nehmen geht nicht warum geht das nicht wieso geht alles nehmen nicht jetzt mein inventar voll nein ist es nicht so kann ich das nicht nehmen auch kommen jetzt auch spiel bitte alter alles nehmen geht nicht okay dann gehen wir mal hier hin und debug wo ist das feedback geben das da ne grund wählen stecke fest das sieht kaputt aus das zu leid zu schwer verdammt dann cool ich habe spaß langweile mich ich würde mal sagen ich mache hier das sieht kaputt aus ok bringt mir zwar jetzt im spiel nichts weil ich das nicht aufnehmen kann das hand symbol ist auch weg und ein inventar ist nicht voll hat das zeug ist noch nicht fertig ja so entschuldigung obsidian meine schuld ja wie gesagt am 23 kam dieser techniker hat das alles ausgebuddelt und danach hatte ich nichts mehr aber meine nachbarn auch nicht mehr also die ganze straße praktisch ab diesem abzweiger so haben die das genannt ging nichts mehr es ging absolut nichts mehr gut hotline angerufen das ist ja mein neues hobby geworden und wie gesagt er sagte zu mir ja warum 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 sind sie so ruhig herr junges dachte ich mir so dachte ich zudem bringt mir das wenn ich mich aufrege bringt wird es dadurch besser oder jetzt besser wenn ich sie anschreien ne natürlich nicht aber es gibt andere kunden die flippen dann direkt aus sagt ja klar aber ich kenne doch kunden dienst ihr nehmt das nur alles auf und leitet es weiter hätte ich den techniker bekommen den hätte ich angeboten mit sicherheit also da bin ich nur ganz sicher weil das geht ja gar nicht und wegen arbeitsplatz verlassen ohne dass alles gefixt ist das funktioniert nicht jetzt habe ich natürlich ein problem ich brauche keine sechs minuten aufzunehmen aber vielleicht sollte ich man das hier einfach nur als info video aufnehmen das hochladen und jetzt direkt veröffentlichen wir haben jetzt 17 30 hochladen wird noch mal eine viertelstunde dauern naja rendering fehlt noch mache ich mal und dann besorge ich mir die die puppen leder und dann gehen wir wieder in die höhle des abeisenlöwen ich glaube jetzt fertig ne 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 vier tage am stück geht man nicht gerne raus weil ich mal so ne hört sich immer an als wird hier was runterfallen okay dann ja jetzt als info video ich bedanke mich fürs zuschauen das kommt jetzt außer der reihe irgendwann nachmittag weder abend wir sehen uns auf jeden fall wenn es morgen gehabt euch gut und vielen dank dass ihr mich nicht alle verlassen hat und tschüss